hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge heute in dieser folge spiel ich jetzt nyo was ist nyo nachdem was gehört hatte von einem kollegen ist es ein dark souls klon nur eben in japan style ich habe weder dark souls noch demon souls noch sonst irgendetwas in der art gespielt also kann das einfach nur gut werden ich werde wahrscheinlich so untergehen in dem spiel aber schauen wir mal wie es läuft so was kann man jetzt hier machen neues spiel weiter spiel laden und system okay ich gehe mal davon aus dass es blutig wird wenn jemand mir sagt es ist wie dark souls also schluss mit cuteness also ab ins game so okay wir sind auf dem boot und jetzt im wasser cool ich fühle mich sofort schon willkommen ok wir sind jetzt dieser typ hier im wasser ok steuerung merkwürdig zuschlagen zutreten gehen wir mal hin durchsuchen was hat er denn sehen sie haben alles genommen ok super ok staatsmenü ausrüstung was haben wir nahkampf oh wir haben ein samurais schwert oder da wir haben ein bisenden ushigatana oh gott jeder japaner würde mich jetzt am liebsten verprügeln komm anziehen habe ich ausgerüstet ok nachkampfwaffe dasselbe ok fernkampf haben wir nichts gut gehen wir mal zu dem schreien dort oder zu dem nebenschrein gehen wir doch zum schrein steht da was ich bin immer ein gegenstand menü egal gehen wir da raus ok gehen wir beten ok ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen verloren schutzgeist wechseln wir haben schutzgeister kato wolf fisch vogel und reiken na ich war beim wolf na komm ich bin mir spielen wir einfach mal spielen wir und schauen wie es ausgeht so da liegt eine leiche noch immer da ist das boot ich habe alles mal kurz und klein gut wenn ich jetzt nur wüsste was das leuchtende zeug ist was ich aufhebe und der erste gegner ok ja natürlich müde und scheiße uiuiui ok so springt man ok auf einmal drauf schlagen und tot toll so was so geld was sind das für leuchtende schwerter was ist das ok blutiges grab rückkehr bekannt ok bekämpfen wir mal jemand der gestorben ist cool ja das lief gut scheiße sofort der zweite gegner und ich bin tot erneut versuchen ja zum lück habe ich gebetet das beten hat mich gerade sehr viel geholfen ja und da liege ich okay grab ah ah scheiße ok stirb komm her komm her komm her ah yes yes uh was ist das ein sperr oh cool nehmen wir sperr ah das ist verteidigung ja gut zu wissen ok springen wir einfach mal durch alle fässer durch warum auch nicht ein paar schrauben machen uns auch nichts aus und ok noch ein toter ansturm halten ok ich kann sprinten auch wie geil Achtung ich komme ok schwert nehmen zuschlagen alles super gehen wir mal weiter die fasse ich nicht noch mal an diese schwerter sooo noch ein toter ok gehen wir mal hinter ihn kann ich mich schlechten nein kann ich nicht ok er sieht mich nicht und ich bin der welt schlechteste nio spieler ich bekomme es nicht dann auch fack ich bin der welt schlechteste nio spieler tja wie sagt man alle gute dinge sind drei ok diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger sooo was haben wir sonst noch ein stein nur ein einfacher stein allerdings hat er genau die richtige größe zum werfen ok ich habe keine ahnung wie man sowas benutzt aber ok wie ändere ich meine waffe wow das war der mickrigste wurf den ich jemals gesehen habe ok ok so ein bisschen abstand halten und auf so verteidigen und auf yeah ich habe hier mein erstes gegen genommen gemacht ich bin so stolz ui 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 ok aufschnittlich hoch ok da liegt mein schutzgeist versuchen wir uns mal wieder anzuschleichen ganz langsam mich siehst du nicht ah ok doch ich siehst du ah oh scheiße ah nein 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 wow goo humme одной namens tot den ausweichen und drauf drauf oh kacke 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 oh h Aff leave ich hab überlebt ich hab überlebt ich hab mir keinillochen werden lassen ok oh junge so mehr links v probably gut calendien an und Und die Stiefel machen einen Schäscher. Die Nummer schwer raus. Und schauen, die Töpfe kommt. Ich habe keine Ahnung, was ist gerade überhaupt meine Aufgabe? Durchsuchen? Was hat denn denn? Halt, um zu ändern. Was ändern wir denn? Uh, ich kann kaum zu ändern. Cool. Uh, das ist schnell. Und ist das so im Mittel? Gut, und das ist eine Schwerungliffe. Oh, super. Und was ist das? Weitstecken. Okay. Okay. Noch eine Leiche. Wollen wir wieder was cooles? Banditen sind hier. Also, ich finde Bandit. Okay. Komm, nehmen wir das Wasser mit. Uiuiui. Ah, doch, irgendwas. Ah, stimmt. Mein Schutzgeist. Komm her. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn benutzt. Na, weger. Gehen wir mal in den Kampf. Ah, ein Schwerträger. Okay. Ich bin parat. Okay, komm. Wir gehen auf ein bisschen spazieren. Komm mit. Okay, versuchen wir es. Okay. Bisschen zurückhalten. Verteidigen. Gut, klappt's. Und drauf. Wow, das war einfach. Und noch ein Stein. Was kann man hier im Spiel nicht genug haben? Steine. Vor allem, wenn man sie so toll wirft. Ich mache irgendwas falsch. Okay. Noch mehr Leichen. Und noch eine Wächte. Noch ein Wächter. Oh, 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 oh. Die habe ich nicht gesehen. Ah, nein. Nein. Oh. Komm, ist was. Oh, Junge. Ganz langsam hier. Ah, nein, nein, nein. Oh. Verteidigen. Und. Zack. Und geköpft. Wow. Super. Ich werde immer besser. Oh, mein Gott. Nackst. Oh, kacke. Hab ich nicht mal gesehen. Ah, nein. Nein. Ja, zerschlagt die Vogelscheuche. Super. Oh, Junge. Das Spiel ist wirklich sackschwer. Ich verliere jetzt schon gegen einfache Gegner. Wie wird es erst später im Spiel sein? Also, wie geht der Spruch? Alle guten Dinge sind vier. Oh, Junge. Und vier ist ein Gegner. Komm, was? Bam, bam, bam. Und schon wieder. Aber hey, ich bin jetzt alle mit leichten Pfeilung. Hm, hier muss ich eigentlich nicht mal gehen. Gehen wir weiter hoch. Jetzt sind hier neue Leichen. Lassen wir alle mal liegen. Oh, Junge. Der hat den Kopf vergessen. So, und. Zack, zack. Gut, und nochmal. Zack. Ah, und der Kopf, okay. Yeah. Ja, so, mein Kampfstil. Auf schneller. Gut. Gut. Ich will jetzt unbedingt wissen, was hinten liegt. Ja, und ich brauche meinen Schutzgeist wieder. Komm her. Lüge, der Wolf mit dir sein. Gott, bin ich schlecht. Komm. Yes. Wow, Stufe 4. Okay, den gehe ich nicht wecken. Oh, daneben. Komm her. Komm. Oh, Junge. Der tat richtig gut aus. Uh. Yes. Gut, was haben wir denn da liegen? Für was habe ich mir da mein Leben riskiert? Für noch einen Speer. Cool. Und was kann der Speer? Da. Speer. Komm, ich würde es ausrissen. Speer. Okay, der ist stärker. Nehmen wir. Super. Ist hier zwar jetzt kein Unterschied, aber hey. Wir haben ein Speer. Und so ein Speer kann ich nicht nehmen. Oh. So, da ist gerade ein Vogel weggeflogen. Alles hier noch immer ziemlich duster. Oh Gott, wir haben mich gesehen. Oh. Wo kommst du her? Was machst du dahinter in den Kisten? Oh nein. Oh nein. Liebe Leute, das wird eine Folge, wo ich schon tausendmal sterbe. Also die beste Folge aller Zeiten. Hahaha. Alle gute Dinge sind fünf. So sagte immer meine Oma. Und meine Oma hat immer recht. Ich glaube, ich werde zum Schwert. Gut. Ach so, hier komme ich. Okay, hier sterbe ich. Okay, ich werde zum Speer und ausweichen. Gut. Aber verteidigen. Gut. Und drauf, drauf, drauf. Und kurz weg. Ja, das ist immer eine gute Taktik. Drauf, drauf. Yeah. Und da ist mein Schutzgeist wieder. Berühren. Und sofort weiter. Komm her. Okay. 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 Ich bin weg. Oh Gott, ich werde wieder sterben, oder? Ja. 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 Sie fühlt sich dann raus. Was mache ich falsch? Okay. Wir durch. Nochmal. Zack, zack. Glaubst du durch? Gut. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter. Nein, 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 nein. Einer ist tot. Einer ist tot. Einer ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das kränkt mich ein wenig. Das lässt mich ein bisschen an meine Kompetenz als Gamer zweifeln. Alle guten Dinge sind sechs. Das hat meine Mutter immer gesagt. Ich habe komplett vergessen. Meine Oma hat nicht recht. Meine Mutter hat immer recht gehabt. Alle Dinge sind sechs. Gut. Gespeichert. Und ab nochmal in Kampf. Und diesmal wie ein Pro. Langsam und sicher. So, du siehst mich, komm her. So, zack, zack. Ausweichen. Sag, ausweichen. Zack, zack. Und wieder fast tot. Oh, Junge. Komm, ist das? Weiter. Oh, da liegt schon mal hinten wieder mein Schutzgeist am liegen. Komm, komm her. Gut. Und weiter. Schlag. Schlag. Oh, diesmal wieso mich nicht bebringt. Komm, komm her. Es ist so befriedigend, der Mann. Soll schon wie mein Kopf absteht. Wirklich. Es ist wirklich befriedigend. So, und wie komme ich jetzt da vorbei? Um zu ster... Oh, komm doch hoch. Ich hätte die ganze Zeit einfach nur hochgehen können. Okay, jemand hat mich gesehen. Aber es ist nur einer. Das können wir. Oh, oder auch nicht. Doch, komm. Das schaffen wir. Okay. Ausweichen. Und... Zack, zack, zack. Ich wünsche ich hätte ein bisschen mehr als nur noch mal haben. Oh, dieses Spiel... Ich weiß nicht, für was für eine Zahl ich gerade war. Ich glaube ich war bei 6. Okay. Vergesst meine Mutter. Denkt immer an Spruch meines Vaters. Alle gute Dinge sind 7. Warum 7? 7 ist immer eine Glückszahl. Immer. Ich glaube einfach. Ich glaube einfach jetzt mal dran. Ich mache jetzt einfach mal die 7. Jetzt zur Glückszahl. Uh, Junge. Okay. So, nochmal den ganzen Weg da hoch. Kämpfen nochmal gegen die 2 selben Gegner. Wie die letzten 6 mal. Komm her. Okay, komm. Zack, zack. Oh, nein, nicht müde werden. Ist ein Ecklaufen. Bisschen wie deine Energie bekommen. Ja, zu schalt die Kissen. Nimm die Arbeit ab und ist los. Gut. Nerven Gegner kann ich besiegen. Das ist ja mal super. Ich habe immer keine Ahnung wohin. So, auf den zweiten Gegner bin ich Bärträger. Das schaffe ich schon. Das wäre jetzt der Grand wenn ich jetzt auch da noch sterben würde. So. Komm her. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Ist tot. Ich fris eine Pille. Und weiter. Ich muss jetzt nur denken, dass oben schon wieder ein Gegner auf mich wartet. Genau da neben meinem Schutzgeist. So. Zum Herrschutzgeist. Oh Gott, er wartet schon. Ich sehe dich. Du hast mich letztes Mal getötet. Aber ich habe dazugelernt. Hä? Komm her. So. Und drauf. 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 Und nicht mehr aufhören drauf zu schlagen. Komm. Komm. Yes. Die Taktik ist einfach nicht ausweichen. Einfach nur drauf schlagen. Die Taktik mag ich. Okay. Ich habe das nicht gut gelesen. Verdammt. Ich habe das nicht gut gelesen. Verdammt. So. Sammeln wir noch ein paar Geister. Oh. Beliebte Waffen bei Folter. Oh. Irgendwo her ist ein Gegner. Oh nein. Du hast gedacht, du bekommst mich. So. Jetzt komme ich. Zack. Zack. Und ich staubere drauf zu schlagen. Oh. Wo kommst du her? Nein. Boah. Das ist feige. Das ist absolut feige. kommt schneller schlucken so jetzt schauen was ich dann wirklich kann komm stein stein warum warum stein okay ich muss noch ein bisschen üben leute ich glaube das wird so nichts alle guten dinge sind zwar acht so das sagt immer mein opa und ich vertraue meinem opa mehr als all den anderen aber okay das war's mit der episode wir sehen uns wir sehen uns nächstes mal hoffentlich wenn euch die folge trotz meinen vielen fates gefallen hat dann lasst einen daumen nach oben da und dann bis zum nächsten mal bye bye ja